...weil Sie sehen können, was alles gut ist. Sie können sich gleich vorstellen, dass draußen im Fahrrad gekommene Modellkontakt mit viel, viel Platz, auch viel mehr geht. Und wir können jetzt auch von einem Modellkontakt aufzusuchen und vor allem einfach zu schauen, wie ein ganzes Modell von der E-Modell schalten wir auf den Weg rein. So, nächster Fahrt ist mein geschätzter Kollege Peter Holmackers aus Unterbraten, aus der Jäger von Pappelkorn. Und er hat uns mit Blick auf einen wunderschönen E-Modell E-C-120 ohne blieb. Ein Zuschauer, der ein deutscher Wurzeland, Olofunker, Brunach, Röhr, Dr. Kippen, zurück in uns auf den Weg rein. Und von dem haben wir eine Achtung in die Größe, entsprechend die E-Modellkontakt 2.40 ohne blieb. Hierunter Ôlofunker ist jetzt am вышk Februar und ist jetzt ein zweines Kongressăng-Tree. Achtung über den Händler in der Spanien. Aber dann wird die Steinbüro für die Männer auf dem Thema zu spät. Und dann haben wir hier die Fission, die wir nachher mit ihnen kurz verletzten möchten. Was könnt ihr denn von der Fission gleich mal? Ein Pinweis auf normale, an einem Job, das nicht wirklich eine Beobachtungseinheit. Schau, wir sehen, auf der rechten Fission eine grüne Fission. Auf der linken Seite eine große Fission. Die Kippheit von allen, die in der Fission, die die Kippelwegung immer klarer auskommt. Die Kippelwegung, die mit seiner rechten oder linken Seite zu gehen. In dem Moment, wo ich hier grüße, ich weiß nicht. Jungshaar ist lieb vor mir gesehen mit seiner Ruhzeit. Seht der Vorbild, das Jungshaar hat jetzt von mir bei dem Ruhzeit-Fission. Wenn ihr hinten nach hinten fliegt, heißt es gerade an dem politischen Land. An den Menschen hält die Briebzäure, die Briebzäure, die volle, eine ganze Briebnis auf dem Briebel verbirgt nach hinten und dieses Briebeln. Eine große Briebzäure ist das Briebel, eine Signale dafür ist das Briebeln, das ist immer ein Standprozess, wo er bereits präumt ist. Dann oben wir sind ein wunderschön Siegmarben hat, der hier anruft und andere sind Paar Tsüger bei der Beaterung für den Briebeln. Bevor ich unbezogen führe Sie sich eine reisernde Kammer durch die Brübeln. Hier ist für euch Verkehrswendendern. Pass auf, hier ruulous, und wir sprechen an die Brübeln. Aber so, für unsere Einheit ist ja ein Teil der Wienfahrzeuge nach dem Signal. Und so verstehen Sie auch nicht von solchen Themen. Mehr oder weniger nur mit dem Anschauen dieser Lampe. Du kannst ihn zuordnen, weisen, wie man die Verhältnisse nach der Fliege und ist nicht gerade über die sieben Fliege, die wir heute auch gerade angewiesen haben. Ja, auf dieses Modell liegen dann alle, wenn man in Aktien, auf dieses Modell, die wir alle, die wir heute noch erst permanent gleichzeitig gesteuert haben. Und natürlich noch, je gewisse Modelle gerne, umso besser sind Sie dann auch draußen, bei mir auf die Modellgruppe, die wir jetzt sind, und, ähm, die wir heute haben. Und wenn, ja, ich hoffe, wir haben eine Spektive, dann auch sehr schnell. In Bremen, liebe Zuschauer von den letzten, der eine oder andere wird gerade schon mal einen Besuch haben, der eine oder andere fragt sich aber auch. Ja, wir müssen so was machen, wir machen, wir machen, wo wir noch mal hingehen. Wenn wir schon helfen, wir machen über 50.000 aktiven Spannern, organisieren wir hier, 1.300 Beine. An der Art der Englisch, 1.300 Beine, auf dem Tag über die Ziele, die wir heute noch rein in der Stadt, für die 23 bis 50 Kilometer, und jeden Ohr, also, sind wir hier, wo ein Verhältnis zu gehen. Von welcher Glauben es ist, schauen Sie auf eurem Opel, auf www.pmsra.ag, und dort wird Ihnen Kontakt haben, und, äh, mitweite, und, äh, als dass es im Verein im entsprechenden Kontakt personell auch geben. Ohr, aber, ich darf es auch einfach uns, später, drüben am Stand des DDV, uns zu besuchen, sich auf einer fachbestrebenden Seite lassen, und, äh, und jetzt gehen die Menschen, wir hören euch auch gerne, reden wir an heutigen Tage. Das Besondere an diesem Modell, wenn Sie schauen, am Ende, in diesem Seitenleinberg, am Ende, in diesem Kettenteil, sehen Sie so einen Kreis. und, äh, und hier ist, dieser Endotor, eingebaut, und dann geht die frei, auf der Seite, wie hier, in der, äh, bei der normalen Schraube, ein Freilau, der Endotor, aus Berlin 2020, sondern, er ist eingebaut, in diese Seitenleinberg, und, äh, man spricht hier, in, äh, in, äh, äh, in der, äh, in der, äh, ein System على Herbstore, der, äh, die, äh, mulher mit der Offen замечbar, und überlegen, ab und an den Jungschauer genau zu besteuern werden, dass die mir an den normalen Kippen vorliegen. Die Leute haben den Jungschauer von einem Tobin-Hand getrieben, also ein Eingang-Polio-Jungschauer mit dem Jungschauer von der Spitze fünf Sitzplätze. Sie sind heute auf Kale, man muss sich jetzt in den Jungschauer schauen, weil ein Gefahr an den Jungschauer steuern liegen zu können. Und warum wir hier natürlich auch ein paar Tipps und Hinweise geben, was man tut, besser tun und was man gleich besser lassen sollte. Und bevor wir da zu kommen, Applaus für Peter Holgerbergs.